Er ist in Ägypten, das war der Startpunkt. Jetzt kann es einen guten Tag sein. Guten Tag, da muss ich dich jetzt zu Brandon nehmen. Ich auch. War ja gerade ganz lustig, DJ gegen Hakan. Diese beiden krassen Typen. Ah, die sind schon krass. Kack, Level dann, ey. Och, Mann. Oh, es hat geschellt an der Tür. Oh, oh. Ich muss mal kurz gucken, eigentlich. Aber, ne, komm. Ne, ne, komm. Oh, oh. Ach, du... Ja, du willst das ganz schnell beenden, ey. Pff, Quatsch. Ich frag mich nur, wer das ist. Dein Onkel. Kann sein. Wie er einfach so aus dem Nichts wiederkommt. Nur bei der Tock. Bist du allein zuhause? Ja. Ich bin allein zuhause. Ich bin hier oben ganz alleine. Kommt und holt mich. Holt ihn euch! Und dann so da hoch, ey. Sie haben am Anfang verarscht, dass er überall Puppen hat. Wer hat Puppen? Du Schaufensterpuppen. Wer? Kevin. Was ist Kevin? Kevin? Ich hab viele Kevins. Ey komm bring mich um. Nein. Ich will Katzen umbringen. Nein! Warum machst du das? Weil Wrestling stars. Ich wollte sie mir grad auf die Brust packen. Nein. Jetzt gucken einfach mal. Wrestling. Ich soll jetzt gucken? Du musst doch gucken, wer da geklingelt wird. Ja komm, ich guck mal. Wrestling. Ach Matze, sei doch ruhig. Nein. Du bist so derbesüchtig. Ja. Borderlands, Mann. Ich will zocken, weißt du? Ja, weißt du. Mich ärgern das auch von derben. Ich hab richtig gespürt, wie derbesüchtig ich schon wurde. Ergern mich richtig, dass ich da gerade drin blockiert werde. Aber ich halte mein Versprechen. Was jedenfalls sind du. Dürfen wir nicht enttäuschen. Ja eben. Ich halte mein Versprechen. Das ist das Ärger, die da sind echt scheiße. Du bist so ein guter Mensch, so. Weißt du, wir wären jetzt schon Level 30, ey. Wir beide wären. Wir wären schon Level 1000, ey. Weil wir so gut sind. Level 50, also wären wir schon fertig. Ja, geil. Und er, ey. Weißt du, der Dude. Cool bleiben, cool bleiben, weißt du. Und dann kommt nie. Ich bin bereit. Achso, geht weiter mit. Tatsächlich mein Onkel. Was? Ja. Was sind die Kloake? Das ist ja auch der Familie, haben wir gesagt. Was sind die Kloake? Der Onkel. Ich hab ne Seder eines Ritterm gefunden. Ich dachte schon nicht fett, das wäre so gut. Ich kletter jetzt die Leiter auch. Ich bin da Kletterer, die Leiter ist unendlich hier gerade. Ey, kommen wir nicht diese riesigen Katzen? Oh ne, ey. Oh ne. Oh ne. Ich will da nicht hin. Doch, will ich, will sie alle töten. Will alle fetten Katzen töten, die ich finden kann. hast du auf der fein der vor wegen all ich bringe ja lobe gesehen wie zählen schwäche blitz schwäche fette katze sein ist das wo sie einfach umgerollt ist mir egal sie aus wie ein wolf ein bisschen bildschwein diese katze scheiß katze stört wer hat es traurig auf dem wort damit hat sie z ist so ich möchte die klubs und klubs und klubs und sagen wir nicht nur was soll das für die katze lässt ja ich bin der Katze ja da er nicht bringt den Exkortung so viel steckte ich habe für mich als ob man muss gar nicht so schlecht weiß und der doch in der Welt es ist an der besten Charaktere als er es ernst wird der Gruppe aber echt ernst wir haben nicht respektiert das war ein krasser Mut Das sind 5 Fit-Kombos, ey Hä? Hä? Wie sind das? Hier, ich muss noch hier finden, ne? Wo ist das? Wie in die Laste habe ich das hinten geschossen Ey, wo ist diese Pilzmanne da hinten doch, ja Geil Ich muss hier eine Pilzone bringen Außer die großen Pilzmarmers, die man sich töten Oh, wo ist die Kormose Rüstung? Ja, ne, das ist falsche Weg Wo sind die dicken Pilz, wie da seid ihr? Ja, jetzt ist Schicht, ey Das ist jetzt, zeigen wir mal, wer den Pilz ausmacht Ein viel besserer Pilz als hier Pilzstecher! Oh, oh, nein! Nicht mich hauen Ey, ich mach den Pilzstecher! Blöse Kannst du mal einen anderen hauen gehen, ey Pilzstecher! Was ist da für krasse Zeug bei dir rauskommen, was ist da los? Ich kann das mit Zagat auch, aber Ich hab Goldharz gefunden Was ist die nur? Oh, ich bin so dumm Ich verdiene jetzt den Tod Nein Kann ich die Pilze nicht einfach abpackeln? Ja Dann macht er den Taiger, ich versteh Wolltest du den Taiger uppercut machen, oder? Ich wollte ihn nicht machen Wollte mein Ultra macht die Taiger Kennen Geil dich! Ey, grüne Leitung, ich glaub's nicht! Was? Grüne Balken Ja, mein Bruder ist anscheinend nicht mehr da Wie hast du den weggeschickt, oder was? Ich hab's da drin ab, du da bist du Dinner Auch das schon wieder Sag einfach nur Dinner Wer ignoriert mich einfach Ey, die heißen Miezen kämpfen wieder Stimmt Jetzt kann ich mich wieder nicht konzentrieren Ey Ey, ich will jemanden in meine Welt eingedrohen Ich weiß nicht, welches ich bin, Mann ich bin die gut aussehende ich bin die in den engen Anzug ich komme mich gerade nicht deswegen sah es auch gut aus was ich da gemacht hab wieso ist das Spinn in der Invasion startet wenn ich auf Toilette muss ich werde ihn umringen wer ist stärker als ich dann dreh ich so durch, dann gehe ich aus dem Gespräch kann niemand stärker sein als ich wo ist er? war er geil war er geil die Hand ey, die Hand ey ich hab gesehen dass du gestrückt hast da ist er ja endlich seit dem Drachenkopf glaube ich weiß ich nicht ganz ich bin das geil da ist er endlich ich dachte ja mal Stefan wow er britzelt immer fass der auch ey das ist der Drachenkopf Stefan der Drachenkopf hey der DUD hä der DUD? der ist auch da hörste doch ich dachte der Drachenkopf ne ach er ist Drachenkopf ja Stefan der Drachenkopf von der alten ey weißt du wie geil das aber wieder war von mir weil sie der Sonic Boom ey, wär gar nichts passiert ey Psyni, wenn Psyni in diese Folge sieht er nicht ich hab ihn ihn gebracht einfach ey ich glaub er ist richtig stolz auf dich ich hab ihn nur wegen dem Ullschicht ich gehe einfach weiter weil er so sehr schwach war bist du? ich bin schwach ey ey komm wir gleich welches Level bist du? wow der ist schwierig ey er ist Level, er ist 6 ey, das stimmt gut gemacht Daniel du bist Level 6 ne? was bin ich? bist du Level 6 ne? ja wir sind grade Level 7 geworden aber wir zocken auch grad nicht wir konnten nicht, wir haben so lange auf dich gewartet ich fand so traurig das ist sehr großzügig 300 Euro haben wir ausgegeben an 300 Dollar meine ich an Munition weil wir einfach nur rumgeballert haben ja da haben wir nur rumgeballert ja ich hab mich auch voll heftig ey Riespornrad haste er entnommen so jetzt rein, jetzt bring' den Wolf um ey weißt du noch der Wolf der Wolf ey jetzt mach ich den Wolf fertig ey wie schnell du bist bei dem Spiel ey, richtig gut ey richtig Pro-Gamer schon weißt du, ich mach auch diesmal alles richtig so, weißt du trotzdem nicht oh komm her du Scheiße ooooh, dieser lag oh weißt du, du hast gar nicht geplant oh weißt du, du hast gar nicht geplant hör auf ey ahaha, nix, ich hau dich auf die Fresse Und das mal gar denkt das nicht na aah, ich hau dich nein, machst du nie ich steig dir ins Gesicht wow, einfach ausgewechentlich nee, wir wissen nicht oh, ihr kann hüpfen mhm jetzt weißt du, Scheiß, wohl, wer ist aah echt, steig dich ab Alter nein, ich treffe dich uuuuh, ich weiß nicht was er machen soll Prozent 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 der Kaffee der Bühne die Dauwürste ist ein Lüttemberg Haken Blütenberg von was er soll was er sagt das ist aber nicht großer Woll ich habe die Fresse Lundin gestorben weiter machen die Hürde für Verbraucher an so war es im Moment ach fuck Ok. Check die dritte Sache nicht mehr. Muss man mal jetzt weg. Ich fehlere das halt ganzes Ding aus. Ah ey, jetzt noch mal die mächtigste Attacke. Also ich weiß gar nicht wie die geht. Nein! Ich gewinne! Oh nein! Ich hab auch ein bisschen gewartet. Ja, das ist ja. Weißt du, das war der King Kong-Rule-Effekt. Stehen bitte ja nichts mitgekommen. Boah, das war so schlimm. Ich habe gewonnen. Der geile King Kong-Rule-Effekt, weißt du? Ich hab nicht Lust, andere Leute zu töten. Ja, lang genug. Ich wollte ja auch andere Leute töten. Versuch's mit beiden Händen halten. Ich hab jetzt leider kein Geld hier, aber... Ich hab auch kein Geld. Ja, okay. Ja, ist ja nicht schlimm. Was ist ja, Bro? Versuch's mit... Wieso wollen die, dass sie wegrennen? Ey, soll noch jemand kommen, mich töten? Wieso will er denn Geld von dir? Ey, ich liebe diese Aufnahmen. Das sind die besten, die siehst du. Ich bin so traurig. Ey, die hören sich an, die hören sich an wie Vögel, wenn die sterben, ey. Ich bin so nervös. Cool geil. Hat mir da jemand nicht mehr? Nee. Kann ich die Katzen anbringen? Nee, hier ist doch die harmose Rüstung. Ist harmlos. Ich hasse ihn, ich hasse ihn! Ich hasse ihn, ich hasse ihn! Ja, ich hasse ihn, ich hasse ihn! Wieso drehst du so durch? Oh Mann. Er wollte immer wie du sein. Nein, das... Ich hasse ihn, ich hasse ihn! Er hat sich, ey. Oh geil, ey, das klappt hier alles, ey. Bam, ey. Uuuuh. Ey, ich war so gut. Welter misswiesen. Hier ist die Pettekatze, ey. Kann ich sie mit Feuerballen oder so abschmeißen? Nee, guck mal. Ey, ich hätte einfach weißer Ren bespielen sollen. Ja. Das hätte geholfen. Neuer König, ey. Was? Ja, egal. Ich hab die Katze abgeworfen mit der Granate. Das ist so. Fool we have. What a fool we have. Und dann ist sie durchgedreht. Bring einfach alle Leute um. Das war voll Spaß. Ich hoffe, dass mich mehr Leute hassen können, damit sie mich umbringen. Ich will der meistgehasste Spendingsspiel sein, damit hier richtig viele Leute kommen, mich umzubringen. Und dann war ich so. Ja, ich bin damage-stark. Ja, das ist nicht so mächtig. Ich hab' mich einfach durch dich durchgeglitscht bin. Prozent der Töte die Töte die Töte ist es gerade nicht heilen ich bringe dich um die Hälfte ich check's nicht der Ultra was musst du denn ich kenne nicht schon gut nein du heilst dich nicht oh Magic Man Exos Magic hast du nicht du hasseln nein was willst du nicht ein komischer Ritter wir alle werden hier sterben wir alle allesamt ein Überlebende bei den Schleifern sich auch machen die alle einfach 4 sich der K 4 die zu Glocke das war's war so und wenn sie das auch springen ist deswegen ich dachte es nicht was aber ich glaube ich werde mich erledigen einfach mit denen ist halt es ist doch etwas ist das mit mehr als haupt da war gerade kommen der gegangen sonnlich da war ich ich muss hier weg K zu überhält Deine weil sie nicht sein jetzt ist es ist bin ich der bei der Zertnäße meine Zertnäße Spiegel hat das ist dadurch im Wettel wie machen die dort stehen und ist nicht ein Bluttonnen ich bin umsichtbar auf mich zu töten wollte ich habe mich aber einen Kopfschrecken höhe ich glaube schüttel Prozent 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 wo auch wo auch er dass es klappt hat was er hat das war nicht ja das habe ich auch abgegeben das ganze Spiel das stimmt allerdings hätte so gewinnen können aber danach hatte ich anscheinend keine Lust hattest du Wrestling betrieben dann hattest du Wrestling betrieben ja das ist bekannt wie du es auch zuletzt wir hier Schnitt machen glaube ich nach der Runde Schnitt und dann haben wir ja wieder da eine kleine Scherbe gewonnen haben wir ja genug ja nö wir sind schon bei insgesamt 15 Folgen ah ja ich bin der Untoten schlechter nö kommen da tausend Stück und überall kommen sie ey was ist los nein nein wir könnten mir nicht versiegen oh Gott konnte ich nur verlieren nein 3 auf 1 dann aus Aggression Kisten zerstört nein nein vollbracht vollbracht geschafft vollbracht vollbracht es hat geklappt deine Scherbe naja ich bin ja ich höre jetzt nicht herunter mach kann freuen auf uns und fettet für eine Wüstung wenn Daniel Daniel sag was das sagt bei den scherbeobachter ja dieses gemäß spektakel ja ha 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 er ist nicht so was los Nein! Juton jetzt eh gewonnen. Ich bin Juton. Schade. Ja, du bist der Assi, ich weiß. Wie du mich damit abspeisen willst? Oh fuck. Ich hab mein Eid widerrufen. Wie kannst denn Eid nicht einfach widerrufen? So, Vergebung erbitten. Ja, oh Gott, das kostet mich ja auch fast gar nichts. Ich kann gar nicht panischen mit Cody. Ich bringe trotzdem alle Leute weiter. Na, sieh mal an, mach jetzt. Na gut, der Slide natürlich. Anklage. Mädels Verbrechen eines Eidriges, Buchter schuldigen. Anklage, ich brauch Anklagebücher. Ja, man Buchter schuldigen. Das ist natürlich nervig mit... Den geht aber nicht. So, jetzt reiß ich hier. Jetzt wollen wir mal kommen. Wie ist denn angeklagt? Den darf ich hier umbringen. Lass uns doch mal gucken. Boah. Das ist aber so ein Typ... Ey, dass ich auch immer wieder mache, weißt du? Ey, so derber Steater ey. Ey, man lernt es einfach nicht. Das ist das Problem. Der geht aber... Was ist das denn für einer? Der ist der Typ, der ich jemals gesehen hab. Oh oh. Geister findest du nicht. Wer die Liebsten hier. Oh. Oh mein Gott, sind das alles Suchtis. Ich muss noch mehr Randale anrichten. Ey, ich bring den Papst hier um. Ach, schade, das geht. Ich wollte mein Ultima machen, aber... So geht der okay. Light in Camdenball! What the fuck ey, wie war das denn? Der war irgendwie durch... So, ich hab den Asiom gebracht, ey. So, ich bringe alle Leute jetzt um, damit mich alle hassen. Du machst den auch immer wieder. Ja klar, weil ich blanker nicht mag. Du magst ihn nicht oder du kannst ihn nicht? Ich mag beides... Ich mag ihn nicht und kann ihn nicht. Ich mag beides nicht. Hahaha.